Warum? Bin ich klein? Das heißt, ich bin klein. Hertha zur Meisterschaft schießen. Ja, ich weiß nicht, wollte ich ihn auch noch fragen. Ein bisschen kurz an den Seiten geraten und oben ein bisschen lang gelassen. Aber die wachsen ja auch schnell wieder nach und dann wird das wahrscheinlich auch wieder besser. Ich will in jedem Spiel irgendwie an einem Tor beteiligt sein. Und ja, das wären dann 34, dass das natürlich nicht klappt, ist wahrscheinlich. Aber ja, das ist mein Ziel. Also so gehe ich in jedes Spiel rein. Paldadei. Ja, ich glaube, im Internet gibt es viele lustige Sachen, mittlerweile. Sag ich mal Sinan Kurt, weil der noch viel von mir lernen kann. Dann würde ich nicht so frech zu mir sein. Perfekt. Zuhause. Eine Saison ist wie das Berliner Nachtleben. Man weiß nie, wo es endet. Wann hast du gewusst, dass es heute mit dem Sieg für Hertha endet? Den hast du geklaut, den Spruch, ne? Ja. Das ist nicht deiner. Wann hast du gewusst, dass wir gewinnen? Ja, als der Schiedsrichter abgefiffen hat. Das ist mal eine konkrete Aussage. Ja. Jetzt geht es zu den Bayern. Du kommst vom FC Bayern, hast du schon ein paar SMS gleich nach dem Platz an David, Frank und so weiter geschickt? Ich muss erstmal in die Kabine gehen. Social Media, man. Ja, aber ich gehe nicht mit meinem Handy auf den Platz. Das ist dann in der Kabine und das mache ich bestimmt dann gleich. Was kommen da so dann für Ansagen, Kampfansagen oder sagen, Jungs, Platz 1 ist weg? Ja, ich werde denen bestimmt mal ein Tor schicken als Video und dann wissen sie schon, wo sie sich drauf vorbereiten können. Ja! Gut hinbekommen. Inschallah. Ich werde nochmal zum Friseur gehen. Vielen Dank.